Hallo liebe Naturfreunde und willkommen zu einer neuen Reihe von Reisevideos, die wir in Malaysia gedreht haben. Hier waren wir schon einige Male unterwegs und wir möchten dich während dieser Videoserie an einige unserer Lieblingsorte mitnehmen. Wir starten auf Pohönchen Beza, einer kleinen Insel im Norden von Festland Malaysia. Hier kann man nicht nur hervorragend schnorcheln, sondern ist auch von zahlreichen Tieren umgeben. Dann geht es weiter an den Kinabantagan auf Borneo. Hier an Borneos längsten Fluss machen wir uns auf die Suche nach den seltenen Borneo-Zwergelefanten, nach Orang-Utans und natürlich nach jeder Menge andere wilder Tiere. Außerdem geht es in die Guomantong-Höhle, in der Millionen von Kakerlaken leben. Das mag dir vielleicht etwas gruselig erscheinen, für uns ist Borneo die absolute Abenteuerinsel. Solltest du Fragen rund um eine Reise nach Borneo haben, dann schreib uns diese gerne in die Kommentare oder schreib uns eine E-Mail, sodass wir in den Videos eventuell darauf eingehen können. Wir haben auf verschiedenen Reisen zusammengerechnet über 5 Monate auf Borneo verbracht und kennen uns somit hier schon relativ gut aus. Tja, und unseren nächsten Trip nach Borneo haben wir selbstverständlich schon geplant. Als nächsten Stopp reisen wir in den Baku-Nationalpark, in dem man Nasenaffen oder zum Beispiel Bartschwein wirklich nahe kommen kann. Im Anschluss an die Videos aus dem Baku-Nationalpark, machen wir noch einen kleinen Abstecher nach Sumatra und gehen dort auf ein Orang-Utan-Tracking. Du merkst, es wird in nächster Zeit wieder sehr spannend auf unseren Kanal und genau deswegen solltest du unseren Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Denn es erwarten dich natürlich nicht einfach nur Reisevideos, sondern wir wollen dir in den Videos einige interessante Sachen aus der Tierwelt erzählen. Also, abonniere, kommentiere und sei immer schön mit Neugier unterwegs.